was habe ich denn eigentlich also habe ich natürlich auch eine blöde steuerung ich müsste das vielleicht auf c oder so machen also darf ich sneaken moment zwar steuerung es ist ein bisschen blöd mit dem rad hier waffenrate machen wir habe ich das wenigstens ein bisschen alles auf der tastatur und kommen da noch ein bisschen besser dran ich glaube nicht dass wir den unterricht noch schaffen dann nehmen wir lieber die andere quest an und gehen beim nächsten mal den anderen unterricht versuchen noch einzukriegen der ist doch eh oben ist nicht der unterricht eh oben wie lange geht denn der unterricht ich dachte er geht immer nur bis drei uhr jetzt muss er vielleicht noch schaffen können aber jetzt schaffen wir nicht mehr wenn das jetzt bis halb geht dann ich weiß nicht warten mal eben ok kein schwänzen mehr das ist super die erste blumen ich jetzt küsschen ich höre ich höre ca 10 Leute haben mich hier danke schön So, jetzt werden wir Gary hier helfen. Was ist eine Schule hier? Das ist fürs Kissen mehr Leben. Hat eine Spiellogik hier. So, aber wir helfen nochmal Gary. Ich weiß nicht, was er mit uns vorhat. Wie wird hier irgendwas sein? Hilfe, Gary! Das war's. Das war's. Komm schon, ich habe etwas unglaublich gefunden. Hold on, relax, Mann. Ich kann nicht immer wieder in Probleme. Ich kann nicht wieder ausfüllen. Es ist immer über mich mit dir. Ich bin, ich bin, ich bin. Ich denke, größer Bild. Und du hast Angst, um in Probleme zu kommen? Du weißt, was? Du wirklich bist etwas. Was größer Bild? Ich bin... Wir werden uns über die Schule nehmen. Wir werden uns nicht übernehmen. Wir werden uns übernehmen jetzt nicht übernehmen. Zeit und Zeit warten nicht für kein Mann, mein Freund. Aber es scheint, dass sie warten für ein Wannabe-Tough-Güß, der ist nichts, aber eine kleine Frau. Du bist voll. Also, du sagst mir immer, Schau, jetzt komm mal. Ich versuche dir, nach dem, Dinge werden immer wieder nie sein. Oh, ich bin so froh. Ich bin so froh. Ich sollte diese Pille schon Jahre alt nehmen. Ja, genau. Was auch immer du sagst, Gary. Was geschieht nun? Ich habe keine Ahnung. Irgendwas hat der mit uns vor. Hmm, lecker grüner Fraß. Jam, 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 jam. Obwohl wir dafür keine Munition brauchen, was auch komisch und ulkig ist. Und endlich Munition für die Flitscher. Aber naja, ist ja auch egal. Hey Idiots! Jimmy ist gonna kick your ass! Right, Jimmy? Ich bin so froh. Ich bin so froh. Ich werde ihn auf. Ich werde ihn auf. Schau mir mal Gewalt hier. Komm mal, crazy! Warum muss ich jetzt zwei übernehmen und du nur einen, oder wat? Ich mag das nicht. Ach hier, nimm das einfach. Na. Wir haben ein schöner Team. Na. Wir haben einen schönen Team. Ich glaube schon mal vor im Moment. Geil, das ist das Ding haben wir jetzt so nen Sack in die. Oder? Was hat der denn vor da unten? Geh in den Keller Okay Wollt ihr die jetzt verprügeln? Weiß ich jetzt auch nicht Okay, was sagen die denn vor? Komisch Äh, ja, und nun? Weiß ich nicht Äh, dadurch Warum geht der nicht selber dadurch? Muss ich das ja mal umlegen hier alles Und warum sind die Schalter so komisch verlegt dadurch? Komisch Und die Tür hilft da eh nix zwischen, wenn der Zaun kaputt ist Weiß ich nicht Äh Was haben wir denn da? Achso, ein Ziegelstein vielleicht? Jimmy, du Dunst! Use your Slingshot to hit the broom Nein Jimmy, du Dunst! Use your Slingshot to hit the broom Haben sie doch selber, wenn das hier nicht passt Auf jeden Fall Äh, wie war das denn normal? Ah, C Hm, sieht aus, wie ich das hier drücken muss, um die Kraft zu bekommen, während du überraschst und den Schalter getroffen hast Genau Oh, das ist ein Gummibändchen Eindeutig einsammeln Äh, ich hatte nur einen von diesen Ähm Ähm Die sind gleich da Was hat der denn vor? Warte mal, liegt hier noch irgendwas? Ich guck mal gerade Nö, anscheinend Nix Naja, dann probieren wir es mal, ne? Ich weiß nicht, was... Kürbisse? Achso, geil Achso, geil Äh Ja, gleich, sofort Spann dir Gottsein vorher schon auf Oh, da ist noch einer Kürbiskopf freigeschaltet Oh, und da ist noch was Genau Der Transistor Ist ja gar nicht laut, oder? Also gar nicht laut Ähm Mit der Werkbank können wir nix machen Hier ist auch anscheinend nix Oder ne? Können wir die hier noch gut machen hier? Feierweckskörper Oh mein Gott Aber ich würd mich gerne hier mal umschauen Hier, mein Freund der Nacht Ich weiß ja nicht, wo du hin willst Aber ich würd hier noch ein bisschen umschauen Alter, was ist das denn in der Kampfarena? Was hat der vor? So, Jimmy Boy Hier we are The Hole The place where this school separates The men from the boys The wheat from the chaff And all that nonsense Okay, so was das got to do Is standing up to people Keeping them in line This is where I stand up to you, my friend What are you talking about? I know you hate me, Jimmy Boy I know you said all that stuff about me behind my back What are you talking about? Don't play innocent with me You wanna run this school I wanna run this school Only one of us is gonna make it And it's gonna be me Ladies and gentlemen Boys and morons I give you Russell Oh, no Oh, no Oh, no Me, Russell Gary, now I hate you I know Russell Go beat that little jerk Who said that nasty stuff to me About your mom And those barnyard animals Oh, what? Come here Russell wants vengeance Ach, come schon Is that not his turn, right? I don't think who wants you Russell Oh 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 Wir nehmen erstmal die Alter 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 Wie kann ich den nochmal ausweichen? Äh Boah Der macht mit dem Eiskalb glattlich Come on Hit him Remember Remember He ain't washed yet Fruits go This is Alter 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 Ha ha, yeah! Take me to hell! Oh, kick his ass! Oh, get him! Kumite, Kumite, Kumite! Kumite, Kumite, Kumite! Oh ja, ist auch klar, bei dem fetten Kämpfer, du hast versagt, ja, du bist K.O. gegangen, ja. Was soll ich denn noch machen? Der hat ein halbes Leben noch gehabt. Ah, mir Russell! Ah! 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 Okay, verstehe ich auf jeden Fall. So, Jimmy boy, here we are. Okay, jetzt fängt wieder von neuer. Boah, hier, frisst erstmal die Eier. Ah! Okay, ich hab's raus. Oh, er hat mich erwischt. Schade. Yeah. Ja, ich hab's raus.